Ja, herzlich willkommen liebe Freunde. Wie ihr vielleicht wisst, ist FSR eine super wichtige Technologie für unser Steam Deck. Denn FSR sorgt dafür, dass wir bei Spielen die Auflösung runterstellen können und sie trotzdem hochgerechnet wird, also hochskaliert wird und es für uns besser aussieht. Vorteil ist, dass wir aufgrund der niedrigen nativen Auflösung nicht so viel berechnen müssen, sodass die Performance in der Regel immer besser ist. Das heißt, wir sorgen dafür, dass bei Spielen, die nicht so gut laufen, mit FSR die Auflösung runtergestellt wird und wir am Ende, obwohl es fast gleich aussieht, mehr Frames pro Sekunde haben. Falls ihr euch für diese Technologie interessiert und wissen wollt, was der Unterschied zwischen dem Steam Deck internen FSR ist und dem FSR, welches manche Spiele mitbringen, verlinke ich euch oben ein Video. Schaut euch das gerne mal an. Es passt dann doch eigentlich recht gut, dass, obwohl jetzt erst manche Spiele FSR 2.2 nachliefern, AMD sogar schon FSR 3 angekündigt hat. Das heißt dann doch, dass das für unser Steam Deck einfach nur verdammt gut sein kann und dass FSR 3 der heilige Gral ist, der jedes Spiel perfekt zum Laufen bringt, oder? Nein, leider nicht. Denn die FSR 3 exklusiven Features bringen uns für unser Steam Deck so gut wie nichts. Und warum das so ist, das möchte ich euch jetzt erklären. Um aber mal eben einen Schritt zurück zu gehen und über FSR 2 zu sprechen. Manche neue Spiele warten eben genau auf dieses FSR 2.2 Update. Und da hat Valve nichts mit zu tun, sondern FSR 2 muss direkt im Spiel implementiert werden. Ich glaube, das berühmteste Beispiel aktuell ist Baldur's Gate 3, welches auf dem Steam Deck einfach nicht gut läuft. Besonders in Akt 2 und 3 ist es eigentlich fast unspielbar. Aber auch in Akt 1 haben wir nur eine Akkulaufzeit von 90 Minuten. Die Lüfter drehen extrem laut. Wir kommen eigentlich nicht auf stabile Frames. Und trotzdem hat Valve den grünen Haken gegeben. Aber mal davon ab, mit dem Update auf FSR 2.2 erwarten wir tatsächlich einen massiven Performance Boost, sodass das Spiel dann um einiges besser laufen wird. Also nochmal die Frage. Dann kann FSR 3, was ja wahrscheinlich eine Weiterentwicklung von FSR 2 ist, nur noch mehr Vorteile bringen, oder? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns einfach mal die Hauptfeatures von FSR 3 anschauen. Das erste Hauptfeature nennt sich Frame Generation. Das ist eine Art zusätzliche Bilderzeugung. Stellt euch vor, ein Spiel läuft mit 60 Frames pro Sekunde. Das heißt, dass in dieser einen Sekunde insgesamt 60 Bilder ausgegeben werden. Frame Generation sorgt nun dafür, dass zwischen diesen einzelnen 60 Bildern weitere Bilder erzeugt werden. Und AMD gibt hier den Leistungszuwachs um bis zu Faktor 2 an. Das heißt, bei 60 Frames könnt ihr am Ende mit FSR 3 bei bis zu 120 Frames rauskommen. Was sich natürlich fantastisch anhört, sodass wir jetzt erstmal denken könnten, dass, wenn wir ein Spiel haben, welches auf dem Steam Deck nur mit, sagen wir mal, 20 Frames läuft, mit Frame Generation doch die Frames auf bis zu 40 Frames hochbringen könnten, oder? Ganz, ganz kleiner Exkurs. In der Regel versuchen wir beim Steam Deck immer auf mindestens stabile 30 Frames zu kommen. Denn dann sagt unser Auge, das Spiel läuft flüssig. Unter 30 Frames merkt man diese Dips, dann läuft es nicht mehr flüssig. Aber 30 Frames ist die magische Grenze. Klar, 40 Frames wäre noch besser. Es gibt natürlich auch PC-Spieler, die sagen, alles unter 60 Frames ruckelt. Aber man kann sagen, 30 Frames ist auf dem Steam Deck das Ziel, dass wir diese 30 Frames eben stabil erreichen. Das Problem bei Frame Generation ist jetzt nur, und das schreibt AMD in ihrem Blog tatsächlich nur an einer kleinen Stelle. Ich blende euch das hier gerne ein. Das Problem ist, dass AMD sagt, wir brauchen mindestens 60 Frames pro Sekunde, damit Frame Generation überhaupt greifen kann. Das heißt, wir brauchen bereits ein Spiel, welches mit mindestens 60 FPS läuft. Und dann sorgt Frame Generation dafür, dass wir auf 80, 90, 100 bis hin zu 120 Frames kommen. Wenn ihr aber weniger als 60 Frames habt, bringt euch Frame Generation nichts. Und wenn wir auf dem Steam Deck ein Spiel haben, welches bereits mit 60 Frames läuft, benutzen wir in aller Regel kein FSR mehr. Bei den FSR, ich wiederhole es gerne, benutzen wir dann, wenn wir nicht genug Frames haben, damit ein Spiel flüssig läuft. Also gehen wir mit der Auflösung runter, skalieren das per FSR wieder hoch und holen uns dadurch 4, 5, 6, ist immer je nach Spiel abhängig, auf jeden Fall eine zusätzliche Anzahl an Frames, sodass es bestenfalls doch flüssig läuft. Aber schauen wir weiter, FSR 3 bietet ja noch mehr. Und das nächste Feature von FSR 3 nennt sich Native AA, also natives Anti-Aliasing. Anti-Aliasing ist so eine Art Kantenglättung, dadurch sieht ein Bild klarer aus, es sieht eben nicht mehr so kantig aus. Und viele Spiele nutzen schon von Haus aus ein Anti-Aliasing. AMD sagt nun, wenn dieses vom Spiel ausgegebene AA nicht so gut funktioniert, dann kann man das ausstellen und Native AA von FSR 3 sorgt dafür, dass das Spiel dann einfach schöner, klarer, deutlicher aussieht. Das Problem an der Sache, und auch das schreibt AMD tatsächlich auf ihrer Seite, ist, dass das ein wenig zulasten der Performance geht. Das heißt, wir müssen ein paar Frames pro Sekunde abzwacken, damit Native AA funktioniert. Klar, man kann auch Native AA mit den typischen Upscaling-Methoden von FSR nutzen, aber das würde bedeuten, dass wir per FSR hochskalieren, nur um dann Native AA zu nutzen, um eben wieder diese gewonnenen Frames zu opfern. Und das macht keinen Sinn, da macht es eher Sinn, das spielinterne Anti-Aliasing zu benutzen. Also, auch Native AA bringt uns auf dem Steam Deck nichts. Aber es gibt ein weiteres Hauptfeature von FSR 3. Das nennt sich Latency Reduction. Das heißt, die Latenz soll minimiert werden, beziehungsweise reduziert werden. Aber da brauchen wir gar nicht drüber sprechen, denn auch hier, sagt AMD, damit Latency Reduction überhaupt funktioniert, brauchen wir ein Spiel, welches ohne FSR auf bereits mindestens 60 Frames pro Sekunde kommt. Und das war's. Das sind die Verbesserungen von FSR 3 zu FSR 2. Das bedeutet, wenn ihr ein Spiel habt, welches bereits FSR 2 unterstützt und dann FSR 3 nachgeliefert bekommt, habt ihr auf dem Steam Deck keinen Vorteil. Dessen müsst ihr euch bewusst sein. FSR 3 ist nicht der heilige Gral für das Steam Deck. Aber, und das möchte ich auch nochmal betonen, Spiele, die FSR 3 unterstützen, haben automatisch all die Upscaling-Verbesserungen von FSR 2 implementiert. Das heißt, wenn wir jetzt irgendein Spiel nehmen, ganz egal welches, und dieses Spiel bekommt keine FSR 2 Unterstützung, sondern es wird angekündigt, dass dieses Spiel FSR 3 unterstützt, dann könnt ihr euch freuen. Wie gesagt, die Key-Features von FSR 3 bringen euch nichts, aber dann wisst ihr, dass ihr all die Verbesserungen, die für uns Steam Deck-Nutzer auch wirklich wichtig sind, die es in FSR 2 gibt, in diesem Spiel benutzen könnt. Also das ist wunderbar. Aber, ich betone es noch einmal, wenn ein Spiel bereits FSR 2 bzw. FSR 2.2 unterstützt und dann ein Update auf FSR 3 angekündigt wird, haben wir auf dem Steam Deck nichts davon. Denn ich persönlich nutze kein FSR, wenn ein Spiel bereits 60 Frames pro Sekunde unterstützt. Von daher, das sollte euch bewusst sein. Bitte seid nicht zu gehypt, wenn ihr hört, dass FSR 3 aufs Steam Deck kommt. Das war jetzt einfach mal eine kleine Info an euch, damit ihr diese ganze FSR 3-Geschichte ein bisschen besser einschätzen könnt. Lasst mir gerne in den Kommentaren da, was ihr generell von FSR haltet. Nutzt ihr FSR oder sagt, naja, da wird zwar was hochskaliert, aber trotzdem sehe ich irgendwie so einen leichten Unterschied. Freut ihr euch auf FSR 2 und was war eure bisherige Meinung zu FSR 3? Wie gesagt, ich möchte keine Erwartungen hier zerstören, aber ihr solltet einfach nur wissen, dass FSR 2 bzw. 2.2 der ganz, ganz große Wurf ist für uns Steam Deck Nutzer und eben nicht FSR 3. Liebe Freunde, wie gesagt, lasst einen Kommentar da, sagt mir, was ihr von der ganzen Thematik haltet. Und ansonsten wisst, ihr Video anschauen, liken, Abo, all das ist unheimlich wichtig und bedeutet mir sehr, sehr viel. Wenn ihr möchtet, dass ich über ein bestimmtes Thema berichte oder euch eine Meinung zu einem bestimmten Thema mitteile, lasst es mich gerne wissen. Das mache ich sehr, sehr gerne. Ich bin dafür Vorschläge immer offen. Und ansonsten freue ich mich auf jeden Fall auf das nächste Video mit euch. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.